Oppenheimer gehört eindeutig zu jenen Filmen, bei denen es klare Vor- und Nachteile hat, sie erst Wochen nach dem eigentlichen Kinostart zu sehen, Wochen, in denen ich die komplette Bandbreite an Meinungen gefragt und ungefragt aufnehmen durfte, was es wiederum gar nicht so leicht macht, in diesem Wust an Stimmen ein eigenes subjektives Fazit zu fällen. In Kürze würde ich sagen, dieses Werk ist technisch und spielerisch brillant, macht vieles richtig und einiges falsch und offenbart seine für mich größte Schwachstelle in der rein quantitativen narrativen Gewichtung der Ereignisse, die er schildern möchte, aber der Reihe nach. Eine Sache, die Nolan selbst die schlechtmeinendsten nicht absprechen konnten, der Mann versteht sein Handwerk. Oppenheimer ist ein Film von solch immenser visueller Brillanz und Klarheit auf fast schon Fincherschem Niveau, daß es mich nicht wirklich störte, daß er nur selten die bildmetaphorische Abgründigkeit des Letztgenannten erreicht. Die rein technisch atemberaubend guten Bilder werden im Grunde nur noch von den schauspielerischen Leistungen, die sie einfangen, übertroffen. Cillian Murphy offenbart als Oppenheimer gerade dann ein tiefes Innenleben, wenn er all seine Emotionen hinter einer Maske von Unverbindlichkeit versteckt, was auch in Stunde drei des Filmes nie wirklich aufhört, immens spannend zu sein. Emily Blunt gibt der sträflich eindimensional geschriebenen Ehefrau, nicht der einzige Moment, in welchem dieses Werk wie aus der Zeit gefallen zu sein scheint, Ecken, Kanten und Widerhaken, wo das Drehbuch ihr nur Alkoholismus gab, und Robert Downey Jr. ist schlicht der beste Salieri, der nie in Amadeus zu sehen war. Wer nur einmal gesehen hat, wie überbordend charmant dieser Typ sein kann, weiß seinen kleinen, grauen, von Neid zerfressenen Mittelmaßmann noch mehr zu schätzen als ohnehin schon. Die technische Brillanz und das durch die komplette Bank weg fantastische Spiel hielten mich, tatkräftig unterstützt von Ludwig Jöranssons »He nicht einschlafen« Symphonie, trotz Überlänge komplett und durchgehend bei der Stange, was angesichts einiger merkwürdiger Haken, die der Film vor allem gegen Ende narrativ schlägt, alles andere als selbstverständlich ist. Nolan wurde oft vorgeworfen, dass er zu viel an historischen Fakten weglässt und sie teilweise nur erzählt, statt zu zeigen, was ich persönlich sehr unterschiedlich bewerte. Dass er die japanischen Opfer nie zeigt, finde ich offengestanden das Beste, was diesem Film passieren konnte. Ich kann mir kein noch so gut gemeintes Inszenierungsszenario vorstellen, in welchem das Offene zur Schaustellen derer, auf die die Bomben fielen, im Kontext dieses Films nicht ausbeuterisch, voyeuristisch und melodramatisch ausgefallen und damit komplett schiefgegangen wäre. Wir alle wissen, was in Japan passiert ist, wissen um die menschlichen Konsequenzen und dieses Wissen überschattet alles, was wir in diesem Film sehen. Viele sagen, Nolan ist an dieser Stelle nicht eindeutig genug, ich hingegen ziehe meinen Hut davor, dass er nie in Versuchung kommt, das zu zeigen, was ihm aus immens vielen Gründen nicht zusteht, zumal ich tatsächlich überrascht war, wie klar und eindeutig Nolan immer wieder Stellung gegen die Bombe bezieht, manchmal für meinen Geschmack fast schon zu holzhämmerisch, ist doch die meiste Zeit gerade der Umstand, dass er die Wertung des Gezeigten den geneigten Zusehenden überlässt, etwas, was ich sehr zu schätzen wußte. Ich meine hier übrigens ausdrücklich nicht den letzten Moment mit Einstein, welcher zusammen mit der unglaublichen Sequenz der ersten Testzündung zu Gänsehautmoment Nummer 2 dieses Filmes führte. Ein Weglassen, welches ich hingegen für absolut indiskutabel halte, ist das komplette Verschweigen der zivilen Opfer, welche das Manhattan Project vor Ort kostete. Anders als bei seinem klaren Umgang mit den katastrophalen Folgen der darauf folgenden Abwürfe auf Hiroshima und Nagasaki, erwähnt sie Nolan mit keiner Silbe, sie finden im Film nicht einmal statt. Es wirkt um ein Haar so, als wäre er besorgt gewesen, Oppenheimer nicht in ein zu schlechtes Licht rücken zu wollen, was vor allem deswegen merkwürdig anmutet, weil er ihn ansonsten erfreulich wenig schont. Nolan macht es sich nicht leicht mit seinem Protagonisten. Er dämonisiert ihn nicht und erteilt ihm keinerlei Absolution. Er zeigt klar seine Verbrechen auf und gibt ihm dabei die Chance, sich zu seinen Beweggründen zu äußern. Dies ist in meinen Augen der einzig sinnvolle Weg, sich mit der Person Oppenheimer auseinanderzusetzen und narrativ der mit Abstand beste Aspekt an diesem Film. Die Schuldmomente nach dem Bombenabwurf sind glaubwürdig, ohne ihn zu rehabilitieren, und die Szenen, in denen Nolan indirekt die Brücke schlägt zum Heute und unverblimmt zeigt, dass diese Erfindung eines Tages wahrscheinlich unser aller Untergang sein wird, gehören zu den eindrucksvollsten, nachhaltendsten in diesem Werk. Diese Sequenzen sind auch deswegen und vor allem gegen Ende so kostbar, weil sich Nolan irgendwann fast ausschließlich auf den Versuch diverser mächtiger Männer konzentriert, Oppenheimer während der McCarthy Hexenjagden als Kommunisten zu brandmarken und ihn gesellschaftlich zu ermorden. Hier wird ein Film, der zuvor immens gut mit Ambivalenzen spielte und immer wieder Fragen aufwarf, im Wissen sie nie beantworten zu können, was sich ungemein bereichernd fand, urplötzlich sehr gewöhnlich. Ich verstehe, dass diese Episode in Oppenheimers Leben nicht unwichtig ist, zeigt sie doch einen Staat, der keinerlei Skrupel hat, auch diejenigen, die er zuvor als Helden feierte, ans Messer zu liefern, wenn sie ihm ideologisch zuwider sind. Aber was zuvor, nicht zuletzt durch den bis dahin brillanten Schnitt von Jennifer Lame, eine großartige Folge an Eindrücken und Denkanstößen war, wird hier auf den letzten Metern zu einer Hommage an JFK, ohne auch nur einmal wirklich an die Sogkraft des Oliver-Stone-Filmes heranzukommen. Was mich dabei noch mehr störte, das Ganze zieht sich so lange hin, dass sich irgendwann das Gefühl nicht los wurde, der Film wolle gegen Ende genau das tun, was er die ersten grob geschätzt zweieinhalb Stunden vermieden hatte, Oppenheimer von seinen Sünden reinwaschen und uns andere Antagonisten präsentieren, auf die wir unseren Zorn richten können. Ich übertreibe, aber ich übertreibe nicht maßlos. So bleibt unterm Strich ein immens sehenswerter Film, welcher in meinen Augen ein paar Dinge zu viel weglässt und ein paar andere zu ausführlich schildert, um am Ende ein wirklich großartiges Werk zu sein. Das ist ein ganzes Sehenswerter Film. Das ist ein ganzes Sehenswerter Film. Das ist ein ganzes Sehenswerter Film.